Jo Leute, es geht weiter bei Super Meat Boy mit dem Table Tennis Gamer und unserem kleinen süßen Fleischlobs. Hallo Super Meat Boy. So, und wir gehen direkt ins nächste Level rein. Ja, ich möchte ihn sehr schnell. Der Fleischberg. Ach du Scheiße. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. Ach du Scheiße. Wie soll man das denn machen? Ja, und da soll man mit Sicherheit dann auch A plus holen, habe ich recht. Ihr habt doch so einen weg. Wie soll man das denn so schnell schaffen? Also so wie ich schon mal nicht, glaube ich. Oder wäre es hier sogar sinnvoller, diesen anderen Fleischklumpen, den wir bekommen haben, zu nehmen. Oh Gott, Meat Boy. Wie habe ich das denn eben gemacht? Eben bin ich doch da locker durchgekommen. Ja, ich muss mehr lenken. Ich muss mehr lenken, Leute. Ich glaube, das war eben echt Glück. Kann das sein. Boah, ey. Was ist das eigentlich für Zeug hier? Sind das jetzt alles Maden? Puh. Hier gibt es bestimmt auch Videos von, wo so richtige Über-Pros, die nicht als kleine Kinder einen Game Boy oder Nintendo bekommen haben, sondern die im Kindergarten schon Super Meat Boy, äh... Bandage Girl! Sauber, great, A plus, was? Ja, die im Kindergarten schon das hier, komm, wir gucken uns das nochmal an. Die im Kindergarten schon das hier bekommen haben, ja? Die machen das dann in einem durch und rennen da wie die kranken, besoffenen Kinder. Aber guck mal, dann waren wir gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich bin voll schlecht. Ist ja irgendwo eine Bandage eigentlich bestimmt, oder? Ja, die holen wir am Ende alle. Die ganzen Bandagen. Wird alles am Ende geholt. So. Sagst du, da ist Bandage Girl schon? Hä, da muss... Hä? Sagst du, man kann die... Man muss sie doch auch schon so holen können, oder? Komm, nimm Anlauf! Ah, was ist denn, wenn ich... Das geht, Leute. Guck. Habt ihr gesehen? Und dann muss ich nämlich... Das geht. 100 Pro, dass das geht. Wir machen das. Wir werden das als einziger schaffen von mir aus, wenn es nicht geht. Ich sag euch, das geht! Und wenn ich der Meinung bin, das geht, dann geht das auch. Ich muss noch richtig treffen. Eben war perfekt. Frag mich nicht, wie ich das getimed hab. Ja. Das geht! Oh, komm. Ne, das ist zu weit. Hä? Wo muss ich denn abspringen? Ich muss... Ah, da hinten. Da kann man sich das doch gut merken. Ja, da war ich wieder dran. Habt ihr gesehen? Ich weiß jetzt auch ungefähr, wo ich abspringen muss. Hier. Ja, und... Pfff. Runter? Aber wenn das nicht gehen sollte, dann... Oh, verkackt. Dann tut's mir leid, Leute. Aber ich bin, wie gesagt, der Meinung, es geht. Weil ich... Ihr habt da gesehen. Ich hab da schon so ein bisschen Fleisch dran gemacht. Und dann hätte ich nur noch einmal hochjummen müssen. Und dann hätte ich die gehabt. Das geht auch. Das geht, Meat Boy. Ich weiß es. Ach, fuck. Das braucht man bestimmt für Ablust. Dahinter ist bestimmt noch irgendwie... Weiß ich nicht was. Ja, guck. Ha, das geht, Junge. Ha, ha. In your face. Guckt euch das an. Ich wusste, das geht. Ja, Ablust würde ich mal sagen. Dich? Ha, ha, ha. So. Ach, du Scheiße. Boah, aha. Ah, fast. Ah, okay. Ah, okay. Also so. Ah, da darf ich nicht reinspringen. Okay. Wir versuchen natürlich hier... Ja, verkackt. Wir versuchen natürlich wieder direkt A plus rauszuholen. Ha. PAMS in your face, Junge. Boah, das Spiel ist so geil, Leute. Ich liebe das Spiel. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, und ich finde, ich bin gar nicht schlecht, Leute. Können wir sagen, was ihr wollt. Aber da gibt es weitaus schlechtere Leute, glaube ich. Boah, zieht euch das rein, Leute. Hier, der Meat Boy. Er hat so drauf, der Junge. Der hat alle ausgetrinkt. So, zack, direkt da rein. Boah, so Bandage, gotta get rescued. Okay, weiter geht's. Äh, okay. Hä? Das rabe ich nicht ganz. Ah, okay. Ach. Ach, Gottchen. Okay, das ist wirklich schon schwieriger. Das ist schon schwieriger. Man muss... Ach, du Scheiße. Nein! Bandage Girl! Komm, halt durch, Meat Boy. Halt durch. Die Musik, die ist... Boah, die Musik ist so episch. Nein! Und dann treffe ich... Ich wollte gerade rüberspringen. Komm, Meat Boy! Ja! Bandage Girl! A+. Haben wir jetzt alle in dieser Aufnahme... alle Level mit A-Plus abgeschlossen. Boah, Leute, das wäre episch. Ah, nein, jetzt habe ich die... Replace von... Scheiße. Ah, ja! Ja, genau! Boah! Boah, die Stelle hier ist episch. Ach, du Kacke. Ja, okay, das ist nicht ganz einfach. Aber die hier... Das ist so episch. Ah, fuck. Fuck! Komm schon, Meat Boy! Fuck! Warum geht das jetzt nicht mehr? So, hier... Wow, was? Ach, du Scheiße! Wie soll das da unten denn gehen? Habt ihr gelitten? Ja! Ja! Meine Güte, Leute! Boah, was ist das für ein Spiel? Ich glaube das nicht. Guckt euch das an! Richtig episch! Wie wir es da reinhauen, ey! Boah! Sauber, Leute! Zieht euch das rein! Und ihr sagt, die Level sind schwer. Die Level sind schwer, aber... Übelst absolut genial und geil! Okay. Okay, Laternen, man, Action. Das ist natürlich fuck. Ach, du Scheiße! Okay, Leute. Das Level wird lustig. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Auf geht's, Meat Boy! Na, ich hätte springen müssen. Ich hätte springen müssen. Okay. Timing ist hier ganz wichtig, Leute. Und da hätte ich... Okay. Dann muss ich einen weiter. Alles klar! Wird gemacht! immer... Und dann hätte ich direkt... Boah! Immer die Scheiße mit den Laternenmännern! Immer die... Ja, schon verkackt am Anfang. Immer die Scheiße mit den Kack-Laternenmännern! Ich hasse die! Scheiß-Laternenmänner! Ach, da war's perfekt! Und ich springe daneben. Oder besser gesagt, ich springe gar nicht. Ah, okay. Wenn ich da warte... Ja, das ist jetzt die Kacke. Das ist immer mit dem Laternenmann so. Ich hasse den auch. Kann der hier rein? Nee, ne? Fuck. Nein! Der hat mich erwischt! Dieser scheiß Laser-Strahl! Okay. Also nochmal. Ja, ich muss hüpfen! Komm, Meat Boy! Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das mit anderen Hauptdarstellern, die man kriegt, wenn man... Nicht so, wie ich... Bandagen einsammelt. Aber... Äh... Einfacher. Aber ich... will's mit dem Super Meat Boy schaffen, Leute. Weil das ist der einzig... Einzig wahre Super Meat Boy. Das andere sind doch alles nur... nur Imitationen von dem Ersten. Und Super Meat Boy 2 gibt es im Übrigen auch schon. Das heißt, ihr wisst, was... Fuck! Was mein Job wird, wenn dieses Let's Play hier beendet ist, was aber... noch auf sich warten lassen dürfte. Zumindest, wenn... wir wirklich... alle... Fuck dich! Entschuldigung. Alle 100% holen wollen, was ich ja vorhabe. Aber der Meinung sei, dass ich das schaffe oder nicht, ist mir dabei... eigentlich egal. So. Ah, okay. Ich muss mehr Freibomben als nur... als so kleine Dinger, weil er geht ja nicht schnell genug durch. Naja, und da war ich zu langsam. Wenn man einmal zu langsam ist in diesem Ding, hat man verloren. Verdammt! Hätte ich doch hochgehen können. Sauber. Sauber. Nein. Boah, ist das fies. Ist das fies, Leute. Sauber. Sauber. Tschüss. Geile Aktion, Leute. Das gucken wir uns noch mal an. Was verdammt denn, ey? Da ist erstmal die Rote Armee hier. Oh, könnte man zwei durch verstehen. Die Rote Armee. Wer ein bisschen geschichtsbewandert ist. So, ein paar schaffen es nur. Vier schaffen es nur. Was? Viermal war ich nur da. Die hüpfen da rum. Da kommt's. Und zack, er geht durch. Und jetzt passt auf. Was? Da unten ist die Bandage, WTF. Sicher ist das. Egal. Hol mal später. Oh, entgegen. Nerdtime. Oh, yeah. Auf geht's, Leute. Bam. Super Meat Boy auf dem Weg. Dr. Fetus zum Siegen. Aber was ist das? Dr. Fetus ist da. Er hat einen Schalter. Nein. Super Meat Boy ist im Gefängnis. Hinter ihm ein Snowman. Oh, die sind so süß gemacht, diese Viecher, ne? Ein Wurm. Kein Schneeblum.